Wenn du in einem Konflikt bist, also einen Streit mit jemandem hast, eine Auseinandersetzung, gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man zu einer Lösung kommen kann. Und da gibt es ganz viele ähnliche Wörter und man weiß gar nicht so genau, was die Unterschiede sind. Es gibt zum Beispiel einen Richter oder eine Richterin, dann gibt es auch einen Schlichter oder halt die Schlichterin, dann haben wir KonfliktberaterInnen oder auch MediatorInnen und Mediatoren. Ach ja, und dann gibt es auch noch Anwälte, also ganz unterschiedliche Personengruppen, die sich damit beschäftigen, bei Streitigkeiten eine Lösung herbeizuführen. Das ganz Besondere an uns in der Mediation ist, dass wir allparteilich sind. Das heißt, wir stehen nicht auf der Seite von einer Partei, wie es zum Beispiel ein Anwalt machen würde, weil er vertritt ja eine bestimmte Person oder auch einen Konfliktberater, eine Konfliktberaterin, die beschäftigt sich ja mit dem, der anfragt. Und das machen wir als MediatorInnen nicht. Also wir stehen nicht auf der Seite von einer Person. Und wir stehen aber auch nicht außen vor. Das ist ja das, was ein Richter, ein Schlichter zum Beispiel macht, dass da von außen geguckt wird und von außen eine Lösung hineingegeben wird oder ein Urteil gesprochen wird, was zu tun ist. Und in der Mediation ist es so, dass wir für alle da sind. Das heißt, wir achten darauf, dass jede Konfliktpartei zu Wort kommt, jeder auch wirklich gehört werden kann. Wir übersetzen von einer Konfliktpartei zur anderen Partei. Aber wir stehen halt nicht außen vor und wir sind auch nicht auf einer Seite, sondern unsere Allparteilichkeit bedeutet, dass wir auf der Seite von jedem stehen, dass wir dafür sorgen, dass für alle es gerecht ist und dass wir einen passenden Rahmen schaffen, damit halt auch eine Lösung gefunden werden kann. Und ein anderer Unterschied noch zu den anderen Berufsgruppen ist, wir sind nicht zuständig für die Lösung. Also ein Richter oder eine Richterin orientiert sich ja an irgendwelchen Gesetzen, an Vorgaben und sagt daraufhin, was die Lösung ist. Auch in der Schlichtung geht es darum, dass von außen ein Vorschlag kommt, wie denn die Lösung sein kann. In der Mediation ist wirklich das Finden und Aushandeln einer Lösung das, was unsere Mediantinnen tun müssen. Wir helfen ihnen dabei, wir unterstützen. Wie gesagt, wir übersetzen, wir geben Tipps, wie man vorgehen kann. Aber was genau die Lösung des Problems ist und wie man diesem Konflikt beilegen kann, das müssen die Beteiligten wirklich selber herausfinden, weil es ist ja ihre Lösung und nur sie können auch wirklich wissen, worauf sie sich einlassen wollen und was für sie ein guter Weg ist. Also zumindest zwei Dinge, die besonders sind an der Mediation, die es auszeichnet. Zum einen unsere Allparteilichkeit. Wir unterstützen also alle Parteien und wir stehen nicht für einen da und wir sind aber auch nicht außen vor. Und wir finden nicht die Lösung, sondern wir helfen den Konfliktparteien dabei, für sich selber eine gute Lösung zu erarbeiten. Und wenn dich noch mehr zur Mediation interessiert, dann stell dir gerne deine Fragen im Kommentar.